Einen wunderschönen guten Tag. Heute Kaffee trinken mit Josi. Ich bin nämlich kaum vorbereitet und habe gedacht, ich komme zumindest mal hier rein und tue die Neuigkeiten euch erzählen und mal kurz durch die Angebote gehen. Wo wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, Donnerstagsangebote. Gehen wir rein. Ich zeige es euch nochmal auf dem Handy. Hier auf meine Page und ganz unten auf Sondergebote und dann, ich hoffe man sieht es, auf Donnerstagsangebote. Und dort findet ihr alles. Schöne. Ich gehe aber nicht ins Detail rein, weil so lange hält mein Kaffee dann nicht sonst. Was haben wir denn alles? Wäscheweich. Also das ist, wir fangen unten an. Wir fangen mit Wäscheweich an. Das ist ein Windows Surprise. Nee, Windows Surprise. Kostet normalerweise 22,75 Euro. Gibt es für 11,38 Euro. Das Wäschekonzentrat ist daneben. Für auch 11,38 Euro. Das ist ein Pink Cotton. Dann haben wir die nächste Reihe so gesehen. Ich fange von unten nach oben an. Welche Duft, ähm, Counting Blueberry Dreams. Kostet 8,50 Euro. Ähm, Stargazing Circle. Haben wir auch wieder dabei einen. Der kostet 2,13 Euro. Jetzt kommt der Hammer von einem Angebot. Und der Stargate Raumdiffuser kostet normalerweise 2,12 Euro. Und der ist bis, solange der Vorrat reicht, bis Dienstag. Also die Angebote. Immer donnerstags bis dienstags frühs. Guten Morgen. Ist, ähm, der Raumdiffuser für 106 Euro. Und den Schirm gibt es auch nochmal einzeln, wenn einer schon einen Diffuser daheim hat. Und, ähm, der sieht doch geil aus. Und dann der Farbwechsel dazu, ähm, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich schau mal, dass ich heute noch auf Instagram euch noch ein paar Bilder von dem reinladen kann. Dann haben wir Textilenerfrischer dabei. Das ist, ähm, Coral Water. Ist ein Korallenduft, also Meeresduft. Dann haben wir, ähm, Paradies Pintless. Ist, ähm, als Barf. Kostet 4,25 Euro. Ist, ähm, Neurolin. Neurolin und Orangenschale. Wirkt aus einer untropische weißen Blüte. Also ihr könnt die Duftbeschreibung nochmal in Rot durchlesen. Ich hab noch nicht. Dann haben wir Open Flowers. Ist ein, als Barf. Für 4,25 Euro im Angebot. Ist ein blumiger Duft. Ein schön angenehmer Duft. Dann haben wir als Körperspray. Youwalt Pemgante. Für 6,37 Euro im Angebot. Dann haben wir wieder ein Hammer-Angebot. Ihr bezahlt 5 Bars und kriegt 10 Bars. Das ist das frische Angebot. Frische und blumig. Einmal Eastland Hopping. Ist ein super Meeresduft. Eastland Pearl. Schmeigig mit saften Mango-Apfelblüten. Wird besinnlichen Lotusblüten beruhigend. Ist auch ein schöner Duft. Kann ich empfehlen. Playa de Ravantruis. Finden Sie eine neue Pexel-Tiefe, wo der Strand aufs Meer trifft. Trifft. Mit einer süßen Welle aus Zuckerrohr. Bergamotte. Frischer. Giovanna Lilia. Cherry Panthers ist ein Pitras. Eine reife Kirschblüte. Mit süßen Pink Lady Apfel. Mit einem Hauch reiner Vanille. Der ist lecker. Den könnt ihr gerne. Der ist gut. Lavendel Cotton. Ist ein Lavendelduft. Und wirklich schöner Duft. Erleben Sie einen magischen Moment. Mit Lavendel, Baumwolle, Gänseblümchen. You're the one. Spritzige Gurke. Und ein grüner Apfel. Mischen mit einem Bullying-Hauf von Aloe Vera. Der hört sich sehr interessant an. Take-For-Ever. Exkursion von Äpfeln. Erdbeeren mit immerwährenden Hauch. Wicken. Sparkle Macluria. Ist ein Maclurien-Duft. So ein Blumiger-Duft. Ist ein Strauß aus Feilchen. Maclurien-Blüten. Ein Spritzer. Frischer Toner. Zum Strahlen trinkt. Red Ginger Flower. Oh, der ist geil. Der ist wirklich geil. Das ist ein Duft. Einer üppigen Garten im fernen Osten. Frisch geschnittener Ananas. Wulfen. Gefühltem. Fangrünnen-Blüten. Roter. Julia-Beeren mit einem Hauch voller mundigem Sandelholz. Den hat. Das war ein Bring-Back-My-Bar. Ist ein richtig schöner Duft. Also auch was Schönes. Wippern, Vanille, Lavende, süße Kokosmilch. Cremige Vanille werden zu einem englischen sanften abgerunden. Also das war ein Duft aus der Muttertags-Kollektion. Also wieder 10 Bars kriegt ihr für, ihr bezahlt nur 5. Ihr kriegt 5, so gesehen, oben on top. Dann haben wir Just Carbar für 4,25 Euro. Dann haben wir elektrische Duftklampe. Einmal für die Wandstecker oder für den Tisch. Base haben wir da für 25 und 17,50 Euro. Und das ist, die hat so Korallen. Ich gucke mal, ob wir das hinkriegen. Ihr seht das. So ein Korallenmuster. Und ist unten so lila, nicht lila, orange. Eine Duftlampe, eine Originalgröße heißt das ja bei uns. Das ist die H-Curve Rosé Gold. Auch eine schöne Lampe. Also die kommt 28,50 Euro. Dann haben wir ein Sandpack Mickey Mouse in France. 5,38 Euro. Dann haben wir auch nochmal ein Blackberry Sunwood Circle. Und auch noch ein Sandpack in Clothesline. Und Sandpack, das könnt ihr überall mitnehmen. Ins Auto hängen. Ihr könnt das in die Sporttasche machen. Überall hin, wo ihr das haben möchtet. Und ihr könnt das wirklich schön immer verwenden. Und es hält länger als noch länger. Also ich habe vom letzten Jahr noch ein oder von eineinhalb Jahren. Der ist nicht mehr so stark. Aber ganz leicht nimmt man den Geruch noch wahr. Dann kommen wir zu, ähm, ich gucke gerade mal, wo ich es finde. Muss ich jetzt selber überlegen. Es kommt am Montag um 20 Uhr ein neuer Buddy raus. Und ich finde ihn niedlich. Wer Pinguine liebt, liebt ihn auch. Und das ist Polar der Pinguin. So sieht er aus. Ich habe auch Bilder. Moment. Deshalb mache ich es mir so schwer. Um euch das zu zeigen. Da. Schaut mal euch den an. Das ist unser Sensi Button. Die Polar der Pinguin. Und, ähm, der kostet 50 Euro. Und ihr kriegt wieder das Sandpack dazu. Das müsst ihr ja nicht verschenken. Ähm, ihr könnt es ja auch selber behalten für den Schrank oder so. Das kommt hier hinten rein. Und, ähm, ihr könnt das selber aussuchen, was für einen Duft ihr nehmen würdet. Ähm, sagt ihr wollt, ähm, was frisches. Wollt ihr was Schönes, Angenehmes. Das könnt ihr selber entscheiden. Ähm, wie, ähm, ihr das gerne haben möchtet. Und, genau, das ist unser Pinguin. Und das nächste, was ich für euch habe, sind... Ich muss jetzt nebenbei gucken, wo das schon zu finden ist. Ähm, Sensi hat für euch auch, ähm, kleine Geschenkboxen so gesehen fertig gemacht. Und, nicht fertig gemacht, ähm, verschiedene Kombiangebote fertig gemacht. Und, guten Morgen, ähm, fertig gemacht für euch. Da könnt ihr, ähm, euch eins raussuchen und euch selber schenken oder zum Verschenken. Und ich würde sagen, wir gehen durch jedes Kombiangebot mal durch. Und ich habe da auch mal wieder was vorbereitet. Ich hoffe, man sieht's. Nee. Wir fangen erst mal unten an mit dem Körperpflegekombiangebot. Das ist halt das, ähm, Sunflower. Und, ich mach's mal anders da. Ich hol mir die Duftbeschreibung aufs Telefon. Da kann ich das besser euch zeigen. Aber, dass ihr wisst, über was wir sprechen. Das dauert einen kleinen Moment. Ich bin noch nicht wirklich wach heute. Okay. Kaffee hilft immer. So. Und, wie gesagt, ihr findet alles auf der Homepage am Montag, 20 Uhr. Könnt ihr das bestellen. Und, ähm, solange der Vorrat reicht, bei allen Artikeln. Ähm. Nee. Ich muss unter Neuigkeiten gehen. Hm. Mitteilung. Ich hoffe, ich hab jetzt das richtige Mal ausgesucht, wo ich hin muss. Ähm. Ja. Jetzt hab ich's. Wir fangen mit dem Geschenk an. Mit dem Körperpflege-Geschenk-Set. Also das Angebot, das ist, ähm, egal, ob Sie es verschenken wollen oder für sich selber kaufen. Dieses Kombiangebot enthält Jahreszeit mit Sensi-Duschgel und Körpercreme. Ähm. In unserem Duftzerklett-Sunflower-Saftiger Apfel und ein Hauch von roter Preisebeer werden von einem rot blühenden Sonnenblumen, die sich in Sonne verwenden, erhält. Und ihr denkt, ähm, wollte ich nur sagen, ähm, die Bodycreme, also Körpercreme, gibt's bei uns ja immer nur, ähm, nicht im Hauptsortiment, sondern immer nur so als Special, sag ich immer. Ähm, weil wir ja andere Vorgaben haben hier in Deutschland, deswegen haben wir die auch nicht standardmäßig im Sortiment und ich freue mich jedes Mal, ähm, wenn ich euch die Möglichkeit geben kann, euch das anzubieten. Dann, natürlich gibt's auch wieder was für die Haustiere, hatten wir ja jetzt auch in den Wochenangeboten gar nicht drin gehabt, glaube ich. Ähm. Da haben wir für die Haustiere den Duft Luna. Ein klassischer Sensi-Duft macht sich auf den Weg zu ihrem Patentfreund mit Sensi-Best Body Sand Shampoo für die Haustiere. Fashion Up Geruchsbeseitiger in unseren Duft Luna, weiße Blüte, Jasmin, Wicke und Fräschen, safte Beere, sowie Sandelholzer Rauschen wie schillerndem Mondlicht. Haben wir zum Angebot und auch für unsere, dass wir vielleicht mal einen ganz anderen Duft, den hatten, den haben wir gar nicht im Sortiment normalerweise. Ah, da haben wir was, was wir gar nicht im Sortiment haben. Zur Weihnachtszeit finde ich das jetzt passend, wer es auf solche Duftlinien besteht, passt das auch. Das Wäsche, Pflege, Kombi-Angebot, ähm, Countryberry, Grandberry and Tinsam, das kostet 56,75 Euro. Ihr habt zweimal die Wäsche, die Wäscherwürft, also die Kristalle. Da gebe ich einen Tipp, ähm, wenn ihr da ein Schäufchen rausnehmt, tut das in ein T-Shirt mit rein, tut das ein bisschen zusammenrollen und in die Mitte rein. Dann wird das nicht gleich ausgewaschen und ihr habt ein besseres Dufterlebnis, wenn sie hier rauskommt. Und auch passend gleich auch unser, ähm, Waschmittel und das, ähm, zum, zum Duft, äh, Habe ich ja noch nichts gesagt, glaube ich, ne. Ähm, der Duft ist Canberry Tinsa, automatische, preisebeere, sabbeere, sabbeere, ah, sibirische Tannenadeln und Sandelholz glänzende und glänzende und glänzende und glänzende, glitzende und glänzende, glitzende und glänzende. Ja, so rum. Ähm, haben wir ein Angebot und, ähm, habe ich vergessen, euch zu sagen, was das andere kostet alles? Ich glaube schon. Das Körperpflege-Kombi-Angebot kostet 31,25. Und das, ähm, Tier-Kombi-Angebot, ähm, Haustier-Kombi-Angebot, tut mir leid, 35,50. Ähm, die finden wir hier auf Ehre auf. Und es wird auch eine Warteschleife geben, das kennt ihr ja auch, ähm, dass das ein paar Minuten dauert, dass, ähm, das freigeschalten wird. Also, ähm, das ist ja, denke ich mal, bekannt inzwischen, aber wer neu dabei ist, Warteschleife heißt bei uns, wird um 20 Uhr kurzzeitig eine Warteschleife geben. Das heißt, ihr geht auf die Seite, da steht, ähm, bitte warten Sie, sonst noch was. Sonst noch was. Ähm, es dauert dann halt einen Moment, so ungefähr. Ist immer unterschiedlich. Ich gucke gerade mal, ob ich das Kombi-Angebot schon sehe, irgendwo. Früher hatten wir mal eine Kategorie gehabt, die haben sie rausgenommen. Da könnt ihr auch, ähm, ich gucke mal in die verschiedenen Kombi-Angebote. Spannend, da auch nicht. Das muss doch irgendwo sein. Ich will mal kurz gucken, für euch, dass ich euch nicht sagen kann, wo ihr das zum Beispiel finden könnt. Welche Konzentraten mal rein? Nee. Nee. Das finde ich jetzt gerade nicht. Es tut mir leid. Sonst hätte ich euch sagen können, wo ihr das findet. Aber ich schätze mal, es kommt vorne auf die Startseite wieder. Aber sollte ich was finden, auf Instagram tue ich das auf alle Fälle vorne hin. Pin und auf, ähm, YouTube werde ich euch in Swin-Shot dann kurz vorher reinsetzen, wenn ich es finde. Und das waren jetzt die Angebote, wo ich es so gesehen habe, gestern, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Jetzt für Weihnachten zum Wichteln ist das ja auch mal was Schönes, ähm, jetzt zur Weihnachtszeit oder zum Nikolaus mal was ganz anderes machen. Einfach was, was anderes schenken und dann vielleicht nur einen kleinen Nikolaus dazu und mehr braucht man nicht. Also, ich finde die Angebote im Moment sehr schön. Zumindest in den Pinguinen. Ich habe mich in den Pinguinen verliebt. Oder ihr könnt auch mal, guten Morgen, meine Liebe, zum Kaffee trinken heute mal. Und was habe ich noch? Was ich euch noch sagen wollte? Ich hatte irgendwas noch auf dem Schirm. Ähm. Mhm. Ja, ähm, schaut auch noch mal in die Schatztour rein. Gucken wir da gleich auch noch mal. Mhm. Da findet ihr auch noch viele, viele schöne Sachen drin. Also, ein paar Düfte sind noch drin. Ihr habt, ähm, ein Duschgel. Ihr habt auch noch die schönen Weihnachtsbäume vom letzten Jahr. Noch vergünstigt drin. Also, ähm, der große kostet, ähm, 64, der ist so, der ist grün, denn der mittler, der ist, ähm, so weiß, Metallic, finde ich. Der kostet 54,60 Euro und 44,80 Euro. Wenn jemand Silber dekoriert, wird der, denke ich mal, super passen. Und was ich auch noch niedlich finde, das ist unser Candy Christmas House. Auch was Schönes, ähm, unter 50 Euro zum Beispiel, die Lampe haben wir auch noch dabei. Weil unsere, ähm, oh, wie heißt denn das noch mal? Da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ähm, die Wohltätigkeitslampe ist auch noch drin von diesem Sommer, wo es so schön aussieht. Es war wirklich eine Bestsellerlampe auch mit, weil die so schön ist, die passt fast jede Jahreszeit. Finde ich persönlich. Im Frühjahr passt die wieder richtig super. Und, ja, was haben wir noch? Unter 45 Euro haben wir auch noch eine. Ist auch eine schöne, finde ich persönlich, wenn man sowas liebt vom Muster her. Ist schlicht einfach. So sieht es im Leuchten aus. Und so ist es ganz unscheinbar schlicht einfach. Also, ja, die ist noch super. Dann könnt ihr auch noch mal reinschauen. Wir haben noch die Festtagsöle der letzten Saison. Drinne, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Diffuser euch zulegen möchtet, jetzt aus dem Donnerstagsgebot, haben wir noch Zogenangebote. Da habt ihr drei Düfte und bezahlt fast den selben Preis für einen Duft. Und habt jetzt so die weihnachtlichen Düfte. Und wenn euch einer nicht gefällt, ist nicht schlimm. Es gibt manchmal Jahreszeiten, da sagt man, oh, der, Zeiten der. Und im nächsten Jahr sehen die Düfte ganz anders da aus. Ist bei mir genauso. Also, ich habe jetzt Silberbeilz. Letztes Jahr habe ich ihn überhaupt nicht gemocht. Sag ich ehrlich selber, es war nicht mein Duft. Und, was ist jetzt? Ich finde ihn geil wieder. Es kommt wirklich auf die Jahreszeit drauf an, wie man sich fühlt. Auch Düfte haben ja viel mit Wohlsein zu tun. Und, ja. Beidesseits haben wir auch noch in der Schatztur drinnen, auch jetzt zum Verschenken, auch finde ich klasse. Kosten 11,90 Euro zum Beispiel. Und noch Buddies haben wir auch noch drin, zwei. Wenn ihr Mädchen, ähm, für die Mädels, also habt ihr auch noch Buddies drin. Einmal, ähm, Gina mit der Giraffe und einmal mit dem Schu-Schuh, die Lulu mit dem Schu-Schuh. Unser Panda, der ist so ein kleiner Panda dabei, wo, auch, der ist festgemacht. Ähm, Spülmittel ist dabei noch. Ähm, was haben wir noch? Zuckerpeeling. Das Zuckerpeeling kann ich euch empfehlen. Aber ich liebe es. Jetzt weiß ich, wie ich mir zu Weihnachten wieder gönne. Habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, brauche ich unbedingt wieder. Ja, ansonsten gibt es irgendwas, was noch mir einfällt. Ich gucke gerade mal mit euch durch die Festtagskollektion nochmal hier gucke ich. Ach, wollte ich euch Bescheid geben, die 3D-Circle aus der Festtagskollektion sind auch jetzt wieder zur Verfügung. Die sind wieder reingekommen. Auch in der Festtagskollektion ist, ähm, die Handcreme, Fluffy Fleece und Winterberry Abbey Tea ausverkauft. Also die gibt es nicht mehr. Und jetzt gucken wir nochmal in die Herbstkollektion. Ich schätze mal, die Herbstkollektion geht Ende des Monats raus. Sagt mir mein Gefühl. Und dort ist, wie gesagt, der schöne Kürbis, ähm, ist ausverkauft. Aber wenn ihr dann Alternativlampe haben möchtet, die fast denselben Effekt hat, die zeige ich euch auch gleich. im Badesalz ist noch, im Badesalz, im Cashmere und Coloury ist noch zur Verfügung. Ist sehr beliebt gewesen dieses Jahr. Ähm, da ist noch alles da. Ich glaube, die Handcreme ist nicht mehr da. Doch, die Handcreme ist auch noch. Also die Handcreme könnt ihr auch, ähm, noch bekommen. Da würde ich euch wirklich das, ähm, Sonderangebot Kombinieren und Sparen, ähm, empfehlen. Da könnt ihr ein Badesalz, eine Handcreme, eine Seife und ein Duschgel rein machen und bezahlt 42,50 Euro. Und ihr kriegt die Handcreme on top. So gesehen bezahlt ihr nicht. Ihr bezahlt drei Produkte und, ähm, genau, drei Produkte und habt aber vier Produkte. Dann, ja. So, das, war's und die Alternativlampe wollte ich euch zeigen zu diesem Kürbis. Der war ja so beliebt dieses Jahr. Voraus sich kommt der nächstes Jahr wieder. Wir gucken mal originalgrößer. Nee, das ist die Crush. Crush, Crush, Crush. Nee. ist die nicht da drin. Jetzt gucke ich bei Originalgrößen rein. Finde ich die gar nicht. Doch, da. Das ist die, ähm, diese hier. Das ist eine Alternative zu dem Kürbis. Die hat dieselben Sprenggeld drin, nur die Form ein bisschen anders da. Das wäre eine schöne Alternative zu dieser Kürbislampe noch. Also, wenn ihr sowas mögt, die ist nämlich, dann habt ihr jetzt nicht das Geriffelte, aber ihr habt den selben Effekt dann bei der Lampe. Ist so ein kleiner Tipp von mir und da kombinieren und sparen wieder mein Tipp. Ähm, drei Bars kaufen und aussuchen und halt jetzt für Weihnachten, Winterzeit, finde ich jetzt auch unser Kombi-Angebot. Das zeige ich euch ja auch so gerne, wo ihr drei Bars, ähm, vier Bars oben drauf kriegt. Und die Polarlampe, die sieht so schön aus. Ich habe, glaube ich, in meiner Story auf Instagram schon ein paar Mark die gezeigt, wie die schön den Farbwechsel drin hat. Und das ist auch eine Elementlampe. Halt oben habt ihr einen, ihr habt keine Glühbirne drin, ihr habt eine LED drin, und oben die Heizplatte und ist auch schön. Und die Styleline, Night Styleline ist auch schön. Eine andere Glühbirne rein, ähm, auch ein Träumchen. Ja, mein Käffchen ist fast leer und, ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal noch was. Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und schönen Montag, wenn ihr mein Video seht und wenn ihr Fragen habt. Schreibt mich gerne an unten in auf YouTube sind immer alle Seiten verlinkt. Oder auf, ähm, Instagram oben auf meinen Namen drücken, dann kommt ihr, wo ihr die ganzen Bilder seht und alles. Und da ist auch die Shop-Seite auch verlinkt, immer, jederzeit für euch. So, ich wünsche euch dann noch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Josi und dann noch was. Und dann noch was. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.